Maha Yogeshwarasana ist ein Asana, das in klassischen Hatha-Yoga-Texten erwähnt wird, aber nicht genau beschrieben wird. Selbst Yogeshwarasana wird nur erwähnt und nicht erläutert, obgleich dann von Yogeshwara, Maha Yogeshwarasana und Bada Yogeshwarasana beschrieben werden. Man könnte aber schließen, weil Yogeshwara ist eine Bezeichnung von Shiva, dass unter Yogeshwarasana der Lotus-Sitz genannt wird. Dann gibt es zwei Variationen, Maha Yogeshwarasana, Lotus-Sitz Grundstellung und es gibt Bada Yogeshwarasana, der gebundene Lotus. Und so zeigt Annika den Lotus-Sitz Padmasana, den man auch als Yogeshwarasana und Maha Yogeshwarasana bezeichnen kann, weil es die Stellung ist von Shiva in seiner meditierenden Form, in der er auch als Yogeshwara bezeichnet wird.